Stabilität ist unser Asset. Und Stabilität ist auch ein wichtiger Teil unseres täglichen Lebens. Ein stabiles Gleichgewicht ist oft die Voraussetzung, um erfolgreich handeln zu können. In Arbeit und Familie, die Balance im Sport oder eine ausgeglichene Ernährung. Und auch bei der Kapitalanlage ist eine Ausgewogenheit unbedingt geboten. Im Zusammenspiel der verschiedenen Vermögensklassen übernehmen die offenen Immobilienfonds der Deka die Rolle des Stabilisators. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, um die Depots der Anliegenden im Gleichgewicht zu halten. Die offenen Immobilienfonds der Deka bieten erstklassige Immobilien in Toplagen. Sie schwanken wenig und bieten dauerhaft stabile Erträge. Gerade in schwierigen Marktphasen ist das entscheidend. Offene Immobilienfonds behalten auch in diesen Zeiten ihren langfristigen Aufwärtstrend bei. Gut zu wissen, offene Immobilienfonds der Deka konnten bisher immer positive Renditen ausweisen. Und auch wenn die Inflation einmal in die Höhe geht, mit den offenen Immobilienfonds der Deka steht die Kapitalanlage auf festen Beinen. Eine Beimischung von Immobilien in das Depot hat sich auch während der aktuell starken Bewegungen an den Märkten bewährt. Eine ausreichende Immobilienquote konnte Anlegerinnen und Anleger vor größeren Verlusten schützen. Dazu kommen noch steuerliche Vorteile. Je nach Immobilienfonds sind 60 oder sogar 80 Prozent der Erträge steuerfrei. Es spricht also einiges für eine Investition in die offenen Immobilienfonds der Deka. Sie bieten eine stabile Anlage mit attraktiven Immobilien in weltweiten Toplagen. Stabile Renditen, die wenig schwanken. Auch in schwierigen Zeiten. Und es ist einfach, in Immobilienkonzepten anzulegen. Egal ob in einer Summe oder als Sparplan. Bauen Sie auf Balance bei Ihrer Geldanlage. Die offenen Immobilienfonds der Deka. Immer eine sinnvolle und stabilisierende Beimischung in Ihrem Depot.